hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovic let's plays und heute machen wir ein kleiner unboxing von hitman das neue spiel ist herausgekommen vor kurzem vor paar monaten vielleicht wollte ich war mir schon längst bestellen ja es heute er ist heute gekommen ja nach ein paar monaten rausgekommen wo das rausgekommen ist endlich habe ich das päckchen wie ihr sehen könnt collection edition gerade umgedreht und schon fangen die kurz raus ich lege mal kurz die seite ich drehe mal so um das passwort nicht sieht man so dass die kartons karton ja hinten steht die beschreibung was uns da drin erwartet in diesem karton ein playstation 4 spiel ein statue noch eine krawatte mit von von dieser agent hitman 47 habe ich schon eigentlich alle teile durchgezogen das war meine eigentlich einer von der lieblingsspiele damals diese stairs und so alles leise töten alle gegner leise ausschalten immer umkleiden das war immer geile sache bei hitman das ganze karton so hier steht noch mal hitman ich mach mal schon mal auf ich habe meine schere heute mit schere mit schere so ja wie gesagt die sind schon paar korts rausgefangen rausgefangen das so dings werbe werbung hier noch eine code für hitman für die klamotten bestimmt hier ist noch irgendeine beschreibung und hier ist noch irgendwo eine werbung für hitman irgendwie so wie ich das verstanden habe sind irgendwelche figuren keine ahnung muss man gucken genau die ganze werbung mache ich schon zur seite die kleine sache haben wir schon erledigt jetzt kommt die große und schon als erstes was wir kriegen krawatte zu sehen diese buch von hitman ich komme ein bisschen näher zeige euch hier das buch hitman alles illustriert die bilder von hitman wie das geht wie sie das gemacht haben hier beschreibung hier noch ein bild ja sieht ziemlich gut aus bin mal gespannt wie das wie das teil ist wer bock hat auf das let's play von dieser hitman von spiel ja schreibt mir in die beschreibung unter dieses video ich würde dann auch let's play machen wenn ihr bock drauf habt diese krawatte von hitman persönlich von agent 47 krawatte würde ich nicht aufmachen ich lasse so und hier ist noch eine ja sieht das das für diese krawatten man steht oder wie zum festhalten kamera fokussiert ich ja schon besser ich versuche mal das raus zu holen ja genau hier habe ich rausgeholt ich zeige euch gleich kurz hier na kamera will nicht fokussieren dass da drauf ist zeichen von dieser agent 47 ja sieht ziemlich geil aus so noch mit dieser krawatte hier so anklicken sagt sieht ziemlich cool aus so mache ich zur seite und jetzt kommt die nächste große karton also karton im karton umzudrehen will nicht raus die ist leer da ist nichts mehr drin kann man zur seite machen brauchen eigentlich nicht mehr so und jetzt kommt ganz große schwarze karton schwarze box das merkwürdige drinnen schwarze box man weiß nicht was da drin ist so so noch einen karton nein schwarze karton brauchen wir nicht mehr ich mache ein bisschen randalle zu hause schwarze karton leer brauchen wir nicht mehr noch einen karton so viel karton und hier ist bestimmt die figur jetzt muss ich noch irgendwie die aufkriegen zum glück habe ich die schare dabei ja will nicht genauso perfekt aufsehen ich glaube diesen moment schneide ich raus wie ich das aufmache kabumm kabumm ja jawohl das ist die figur sieht ziemlich geil aus ja mann bombe wie ihr sehen könnt Hitman geile figur die Sachen packe ich zur seite so liebe freunde ja das war's irgendwie das spiel ist nicht dabei ich weiß nicht wieso wo ist die das spiel ist weg ok ok alles klar liebe freunde ich klär mal das mit dem spiel irgendwie das spiel ist nicht dabei ich weiß nicht wieso normalerweise muss da auch spiel dabei sein aber irgendwie nicht dabei ich wünsche euch noch viel spaß ich mache noch kurz so schreibt mir in die kommentaren und ja bis zum nächsten mal dann beim petrovich tschüss also leute ich habe jetzt gerade nachgeguckt diese die codes was alles rausgefallen ist ja und ähm der code war dabei eigentlich das spiel war dabei ist leider habe ich nicht gemerkt aber das so ein äh nur code zum runterladen ja hier das diese sozusagen das spiel nur ein code so zum runterladen hier kein konnte ich habe schon versteckt ein bisschen also das das spiel hier auch dazu wie gesagt ich wünsche euch noch viel spaß schreibt mir in die kommentaren ob davon eine let's play sehen wollt oder nicht das wird mich sehr freuen euch dass sie dieses spiel zu präsentieren ja bis zum nächsten mal dann beim petrovich tschüss